Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und ich habe jetzt die Signatur in der Hand für die liebe Ulrike. Und zwar ist das jetzt hier die fünfte Signatur, die ich versenden werde. Die sechste ist hart in Arbeit. Dani, du musst sie noch ein bisschen gedulden. Und wer das noch nicht mitbekommen hat, haben wir in unserer kleinen lustigen Junk-Journal-Crew, wir sind sieben, wir senden uns gegenseitig Signaturen und das heißt, jeder von uns bekommt sechs Signaturen, sechs unterschiedliche natürlich, von unterschiedlich kreativen Köpfen. Also nein, kreativ sind wir alle ordentlich, aber in sehr unterschiedlichen Stilen. Und das macht den Spaß daran aus, dass man einfach dann wirklich sechs verschiedene Werke von verschiedenen Menschen in der Hand hat, die ein großes, ganzes Buch ergeben oder zwei oder drei, je nachdem. Die werden nämlich ganz ordentlich dick. Nämlich die, die ich bekommen habe, die haben auch schon ein ordentliches Volumen. Und auch die, die jetzt an so irgendeine Uhr reagiert, die ist jetzt nicht ganz klein. Sagen wir es mal so. Gut, lasst uns mal einsteigen. Falls ihr noch kein Abo dagelassen habt, macht das mal. Hier kommen regelmäßig schöne neue Papier-Themen. Ich sage jetzt mal Abo-Themen. Es ist nicht immer Junk-Journal, aber sehr viel. Und da könnt ihr bestimmt mal stöbern, mir Kommentare hinterlassen. Vielleicht ist es ja irgendwas, was ihr euch wünscht, was ich unbedingt mal machen soll. Her damit. Gut, so Ulrike Sirk-Natur. Ja, ich habe mich ein bisschen ausgetobt. Sie ist blau. Ich hatte tatsächlich wirklich die Intuition, die Eingabe, ich muss für Ulrike etwas Kosmisches machen. Etwas, was auch blau in sich hat. Ich hoffe, dass es dir gefällt, Ulrike. Wenn nicht, dann schreie, dann nehme ich sie zurück, dann behalte ich sie. Das ist kein Problem. Das ist überhaupt kein Problem. Sie hat ein Dingerdange-Lesezeichen, also das kann man abmachen. Hier so ein Tüllü. Und das werden wir auch gleich tun beim Durchblättern. Drumherum habe ich sie mit einem kleinen süßen Spitzenläufer eingeschlagen. Den kann man abmachen. Möglicherweise wird der ein bisschen schwierig, wenn man den mit einbinden will. Deswegen ist überhaupt kein Problem, wenn Ulrike einfach nur die Signatur einbindet und nicht den Läufer an sich. So genau obendrauf wollte ich nochmal filmen. Auch abnehmbare Elemente. Das werden wir jetzt nämlich gleich tun. Und zwar einmal hier das Lesezeichen, den Dingerdange abzunehmen. Ein kleines Steampunk-ähnliches Element. Ich dachte mir, so Clocks in Astronomy, das passt ganz gut zusammen. Das heißt, wir haben hier einiges an Uhren und kosmischen Sachen. Und Schmetterlinge. Schmetterlinge gehen immer. Vor allem, wenn sie blau sind. Also das versagt doch gleich meine Stimme hier. So, also das hier ist quasi der Einwand. Ich habe hier so ein bisschen eine Verstärkung im Rücken gebaut, dass das nicht so zusammenfluft. Und den nehmen wir jetzt erstmal einfach zur Seite. Schwuppdiwupp. So, das ist die Signatur. Ja, if an idea, if at first an idea isn't absurd, there is no hope for it. Auf jeden Fall. Und auch das Papier ist haptisch sehr schön und sehr fein. Also mir gefällt das total. Und generell, ich kann nichts basteln, was mir selber nicht gefällt. Also alles das, was ich hier raushau und verschenke und irgendwas. Das muss irgendwas sein, was mir gefällt. Vom Gefühl und vom Anblick. Fangen wir gleich mal an. Im Körper haben wir Taschen mit Tags, mit Papierchen. Ich habe überall so ein bisschen was Richtung Astronomy, Richtung Travel reingepackt. Ich habe hier so schöne kleine Papiere, auf denen man wunderbar schreiben kann. Hier haben wir auch eine ganz tolle Haptik. Hier ist noch ein Kaskadenblock dazu. Und auf der Karte hier, da kommt der persönliche Gruß mit an Ulrike. Und der geht euch mal so gar nichts an. Nein, falls Ulrike den vorlesen möchte, kann sie es gerne tun. Aber das ist ihr Gruß. Generell, ihr seht es schon, das Ganze ist mit einem blau-grau-Vintage-Ton gehalten. Ich habe überall kleine Text drin. Hier ist noch mal eine kleine, süße Überraschung drin. Also nicht süß im Sinne von Essen, sondern hier hübsch. Und hier habe ich noch ein paar Paperclips drin. Und an den Paperclips selbst, da hängen noch Papiere. Und wenn Ulrike, wenn dir das so zu dick wird, zu viel Volumen, dann nehmt ihr diesen ganzen Klimpel raus. Dann ist das Ding, glaube ich, nur noch halb zu dick. So, ich habe hier die Seitentabs drangebaut. Universe, New Moon, Lucky Star und Full Moon. Die habe ich aus dem Cosmos Infinity von Simperia. Das ist auch eins meiner Lieblingspapiere. Wobei mittlerweile sage ich bei Simperia zu so vielen Sachen, das sind meine Lieblingspapiere, dass ich da fast schon die Top Ten der Lieblingspapiere aufmachen kann. So, jetzt will ich euch gar nicht so mega viel erzählen. Ihr sollt ja einfach nur mal einen Blick reinwerfen können. Na, hier haben wir noch mal Taschen dahinter. Das hier ist aus dem Magic Forest Papier. Fand ich, das passt irgendwie trotzdem. Das ist so mystisch, magisch und dementsprechend darf das hier auch einziehen. Ein paar schwedische Seiten, weil ich habe für mich die Signatur zusammengestellt, als ich in Schweden war. Genauso wie bei den anderen. Da habe ich die Grundsignatur zusammengesucht. Und dann, als ich wieder in Deutschland war, habe ich dann die, ja, die Ergänzung gemacht. Das Verschönern, das Dekorieren. Und ein paar Sachen natürlich gefunden. Ja, so ein, zwei Papiere hatte ich nämlich nicht mit. Den musste ich dann noch mit ergänzen. Ich bin wieder vergessen. Ja, ein bisschen Richtung Travel habe ich auch mit reingepackt, weil ich finde immer so alles, was Richtung Astronomie ist, hat auch irgendwas von Abenteuer und von Travel. Und deswegen habe ich hier auch ein paar Sachen gemacht. Richtung Wissenschaft und Richtung Travel. So, hier wohnt ein kleiner Magnet hinter. Und warum, werdet ihr gleich sehen. Hier habe ich schon ein bisschen Flap eingebaut. Schwupp. Mit Klack. Magnet. So, und hier gefällt mir das tatsächlich besser, wenn die alte Post gerade dahinter ist. So. So ist es schöner. Ja, hier habe ich so ein paar richtig schöne Die Cuts. Die sind ein bisschen fummelig, wenn man diesen ganzen kleinen Kram daraus puzzelt. Aber ansonsten gefallen die mir sehr gut. Und vor allem, das Papier gefällt mir sehr gut. Genau. Hier kann man wieder rausnehmen. Und auch wieder eine schöne alte Postkarte. Die ist aus Schweden. Aus dem Ort, wo wir immer sind. Hier noch so ein bisschen... Oh, richtig altes Papier. Das ist wirklich so zerfetzt. Das war nicht ich. Das gehört so. So, und Ulrike hatte sich gewünscht, dass ich die Signatur gleich binde. Na, dass hier das schon mal vorgebunden ist und das nicht auseinanderfällt. Völlig fein. Mach ich doch glatt. Da musst du dich das gegebenenfalls noch ein bisschen anders binden, wenn sie es in dein Buch einfügt. Ähm, hier und da sind schon Ideen aufgetaucht, ob man nicht einfach die Signaturen selbst als einzelne Bücher nehmen kann, weil die alle so schön dekoriert sind und so dick sind vor allen Dingen. Ja, ich hatte im letzten Video mal gezeigt, die drei Signaturen, die bei mir angekommen sind. Wie dick die gemeinschaftlich sind. Die füllen zu dritt ein richtig fettes Buch. Und ich würde mal vermuten, dass es den anderen ähnlich geht. Weil wenn alle annähernd zu dicke Signaturen machen, wie die, die ich bekommen habe und die, die ich versendet habe, kriegt das keiner in ein Buch. Ich denke mal, da werdet ihr bestimmt auf den Kanälen von Jessie und von Evi und von Dani auch was dazu sehen. Ähm, vielleicht kriegt es ja einer von denen hin, daraus ein ganzes Buch zu machen. Also ein ganzes Buch. Eins, nicht drei. Also ich denke mal, dass es bei mir mindestens auf zwei hinausläuft. Vielleicht wären es sogar drei. Gucken wir mal. So und hier. Ich finde einfach dieses Thema, Astronomie, Wissenschaft, das finde ich einfach schön. Interessant und von Farben her auch schön. So, hier haben wir wieder so einen. Klack. Kleinen Magnet. Ja, hier ist einfach nochmal. Überall ist Platz zum Schreiben. Hier puzzelt sich das so ein bisschen mit den Ringen, aber das ist auch einfach ein haptisches Ding, ne? Das kann man einfach den ganzen Tag anfummeln. So. Ich rutsche halt aus dem Bild raus. Hier der Wolf zum Cosmos Infinity. Und der Magic Forest, schön die Cut. Das lädt noch ein bisschen ein, um selber daran weiter zu dekorieren. Und dann auch die Papiere hier, die sind einfach, ja, vielleicht zum weiter... zum rausnehmen und irgendwo anders dann schreiben oder um hier irgendwas reinzukleben und nochmal so ein Ausklappdingens zu haben, zum Blatt vergrößern, zum Schreiben. Hier ist uns doch etwas rausgefallen. Du gehörst doch da und dran. Gibt's doch nicht. Bleib da. So und hier haben wir so einen kleinen Dreiklang, auch wieder diese schönen Papiere. Und ich finde die einfach, die sind recht dünn, aber die fühlen sich sehr angenehm an. Also haben eine schöne, schöne Haptik. Und dementsprechend kann man daraus echt was machen. Entweder wirklich in diese Taschen stecken als zusätzliche Schreibsachen oder einfach auch ein eigenes kleines Büchlein, hab ich auch schon überlegt. Gut, jetzt ist hier der Drops gelutscht, sag ich mal. Hier kommt kein eigenes Büchlein mehr rein. Hier ist jetzt ganz viel kleine, süße Sachen einfach, sind hier versteckt, um irgendwie daran weiterzumachen. Genau, und hier ist der schöne Pegasus von dem Cosmos Infinity. Ist auch eins meiner Lieblingsbilder. Das war die Signatur, die sich jetzt auf die Reise macht zu der lieben Ulrike. Ich bin sehr gespannt, wie sie ankommt. Also, dass sie mit der Post gut ankommt, davon gehe ich aus. Wie Ulrike dieses Farbschema an dieses Thema findet. Und ja, wie gesagt, die Spannung steigt. Morgen wird das Herzchen in die Post hüpfen. Und ich gehe mal davon aus, dass es so gegen Mitte der Woche bei Ulrike ist. Und liebe Ulrike, falls das überhaupt nicht dein Thema ist und überhaupt nicht deine Farbe, kein Problem, schicke ich es mir zurück. Ich mache dir dann eine Signatur in einer anderen Farbe. Dann behalte ich das. Kein Problem. Das macht mir gar nichts. Dann bleibt das meins. Okay, ihr Lieben. Ich kann euch nur animieren. Sucht euch Menschen, mit denen ihr zusammen dieses Hobby teilt, mit denen ihr euch austauschen könnt. Es gibt ganz viele schöne Gruppen auf Facebook. Es gibt tolle Gruppen, wo man einfach Inspiration sich holen kann. Und manchmal ergeben sich da einfach Freundschaften. So wie wir sie hier haben. In so einer kleinen Gruppe, wo man sich austauscht. Wo einfach Ideen fließen. Wo Material ausgetauscht wird. Dem einem fehlt was. Es wird was geschickt. Wir haben diese coole, coole Happy Mail. Happy Mail sag ich schon. Happy Signatur-Aktion. Und das macht einfach nur Spaß. Mit gleichgesinnten Leben Menschen. Dieses Hobby zu teilen. Und da gibt es auch keine Eifersichtilein oder irgendwas. Weil einfach jeder seinen Stil hat. Und wir ergänzen uns so großartig. Ich kann das einfach nur total feiern. Und damit, mit diesen Worten, schließe ich jetzt dieses Video. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Und freue mich auch, euch im nächsten Video begrüßen zu dürfen. Bis demnächst in diesem Kino.